muss ich jetzt was drücken oder ich drücke A, nichts passiert ich muss den linken stick berühren was zur Hölle wird der Herr Zell, dass jemand im Schlosshof der euch sprechen möchte dass manche Sachen nicht vertont sind aber so wenig Sachen, dass das halt so auffällt dass so viel vertont ist und dann plötzlich etwas nicht hier kann ich das auch verstehen, weil man braucht jetzt nicht extra hier ein NPC vertonen, aber manchmal sprechen auch die Hauptcharaktere und dann kommt da auch nichts was mich halt sehr verwirrt, oder sind das Bugs? wo war das? im Innenhof? gehen wir da mal hin ansehen? was ansehen? ich will wirklich wissen, was passiert wäre, hätte ich aber nichts tun gekriegt der Himmel bewegt sich auch, also wir sind uns wirklich hier am bewegen äh, nein, da gehe ich zurück wo ist die Halle? war das in der Halle, oder war das im Hof ich weiß es nicht mehr ich habe es einfach direkt vergessen, weil ich mit anderen, also andere Sachen gequatscht habe ah, jetzt bin ich der werte Seil ja, bist auf meine Seite, ne? da ist doch Dacran, oder? ah, der hat doch auf mich gewartet ich weiß es nicht mehr ich fühle mich nicht mehr ich fühle mich nicht mehr in dem Raum der Ascendentie ich fühle mich in einem whirlpool, verraten von Gedanken und Emotionen und sie mich zu sagen um sie zu frei ich denke, dass der Outsider viel mehr als wir denken und? Und? So, wenn es das ist? Oh... Schau, Zael, Jorale noch nicht auf seine Versuchung zu versuchen, uns zu entfernen. Es ist nicht nur Jorale. Ich glaube, es gibt viele Leute hier, die wir glücklich haben, sehen uns weg. Dieses Ort ist eine battlefield, wie jeder andere. Du verstehst, Zael? Ich weiß, aber... Es ist gut, sich über den Outsider ein bisschen zu denken, aber versuchst, dass du zuerst die Überlebenswürdigung priorisieren kannst. Genau. Okay, und Weg ist da. Hier ist... Lowen? Ah, hohe Gesellschaft. Wie fühlt es sich, Zael? Ich weiß nicht. Es ist zu anders, von dem ich bin. Aber du bist einfach gut, Lowell. Es muss sein, wegen deiner noblen Blut. Meine Blut hat nichts zu tun. Es ist nur Zeit. Es ist eine Frage, die Zeit. In diesen kleinen kleinen Ort sind genug zu sitzen, und du wirst es schnell herausfinden. Oh... Alles, was ich getan habe, ist ein Verbrauch. Ich sage das nicht. Du bist ein Mann von guter sozialer Beziehung. Das ist nichts zu tun. Jetzt habe ich dich kennenzulernen. Oh Gott, das war ganz einfach. Sehr gut. Du kannst mich nach Essen gehen? Alter. Alter. Ich höre den Mann, der er eröffnet hat. Zael. Ich höre den Mann, der er eröffnet hat. Zael. Und dann rede ich mal mit dem Retter, weil der steht hier rum und man kann mit ihm sprechen. Was werden wir tun? Was ist das? Was ist das? Das würde ich leicht sagen? Das würde ich leicht sagen. Sag mir, was ist passiert. Na, ich sollte es nicht wirklich in der Öffentlichkeit diskutieren. Können Sie mit meinen Kollegen in den Kasteldebbsen sprechen? Sie erzählen dir alles über das. Okay. Ich werde gleich da sein. Tja. Aber dann gucken wir mal kurz im Schlossgewölbe nach. Nicht, dass das äh, ein Hinterhalt... Die Blocken andauernd die Penner. Okay, ich bin ungesinnert, das ist nicht gut. Aber, hört ihr mal auf? Darf ich auch mal was machen? Hilf mir! Wir müssen das erst enden, aber dann möchte ich noch ein paar Antworten. Der Penner blockt einfach alles, ne? Ich kann auch blocken, aber will ich nicht. Die haben ganz schön viel Leben. Das ist, weil ich nicht mehr so genut bin, alleine zu kämpfen. Meine Güte. Wie war das? Why are you after me? Who sent you? You think I'll talk? No! Okay, weiter im Text. Giant. Ähm, ne. Sind die alle weg, oder? Und was habt ihr gemacht, ihr Penner? Ihr habt da auch nur rumgestanden und nichts getan. Ich mein... Okay, sie waren nicht da, als wir gekämpft haben. Aber... Jetzt stehen sie da rum, als wäre nichts passiert. Und da sind auch aus irgendeinem Grund jetzt wieder Frauen? Ah, keine Ahnung. Ich geh auch immer weiter. Ich weiß nicht, was das Ganze sollte. Und wer der Magier da war. Keine Ahnung. Schlossgewölbe. Schlossgewölbe? Geht nicht mit dem Steuerkreuz. Aber man muss das mit dem Stick machen. Halt, wenn du im Kommando-Modus bist, kannst du auch mit dem Steuerkreuz auswählen. Hat mich gerade nur sehr verwirrt. Wer bist du denn? Oh, du hast denn mit. Rüstungsschmieden kann ich bestimmt nicht, weil ich keinen Gnom Silber habe. Und keinen Gnom Kupfer. Ähm... Waffenschmieden. Aladdin. Meine Güte. Ähm... Beteiligen Ritter verliegen. Kein Attribut. Hab... Plus 3 Chance auf KP-Regeneration beim Blocken. Ja, Blocken tut ich ja nicht so wirklich viel. Ähm... Kosten... Ist ein bisschen teuer, ne? Ähm... Weil wir nicht wirklich Geld haben. Wo ist das ganze Geld hin? Wir haben ja auch bei den Kämpfen auch gar kein Geld bekommen gerade. Ähm... Ja, dann Ende. Ich meine, ich könnte Sachen verkaufen, aber lassen wir es erstmal. Dann ziehst du den Paladin an. Und... Gut... Da kann... Nimmst... Den... Den... Den Rapier. Und... Siren... Nimmt... Das... Phantomschwert. Jetzt guck ich mal, ob das Lapis Lazuli... Nein, das ist kein Deutsch. So... Gut. Da waren wir gerade... Gut, hier ist ja auch noch ein Tor. Das habe ich ja eben gar nicht gesehen. Okay... Okay... Was ist denn los? Was für Reptiden? Was für Reptiden? Das ist die Höhleuntersuchung. Ja, bitte. Alleine. Okay. Was für die Hölle? Okay, wir sind jetzt... Bis auf Juric sind wir alle da. Ähm... Sind wir wieder hier, wo wir mal waren? So ganz am Anfang. Das sieht halt hart danach aus. Aber ein bisschen anders ist es hier schon. Deswegen bin ich gerade verwirrt. Schwere Rüstung plus vier. Meine Güte. Ähm... Manche haben noch nicht alles plus drei. Und dann haben wir schon hier plus vier. Bitte. Kann sein... Ja, jetzt hat sich der rechte Arm von Zell, also von ihm aus der rechte, auch ähm... Jetzt hat er auch Rüstung an. Jetzt sieht das nicht mehr ganz so doof aus. Äh... Speichern. Speichern sagte ich. Aber da ist noch eine Tor. Vielleicht auf der anderen Seite auch noch eine. Seidenrüstung. Okay. Äh... Ausrüstung. Du hast noch plus zwei, deswegen kriegst du die Seidenrüstung. Ähm... Magischir und physische Abwehr von Magiern geschätzt. Ja... Von Magiern. Ja, du bist kein Magier. Haben wir denn jemanden mit plus zwei noch? Er ist halbwegs sowas wie ein Magier. Deswegen kriegt er das. Ja. Wow. What the fuck? Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube auch, das war die Rüstung, als ich mal den Stadtbildschirm gezeigt habe, der sich verändert hat. Der verändert sich andauernd. Aber, ähm... Da, wo sie an dem blauen Nachthimmel waren. Der hatte es halt diese Rüstung an. Der war schon ein bisschen verwirrt. Ähm... Dann die schwere Rüstung plus drei. Warte mal. Der hat noch nicht. Wir will nochmal. Ich habe noch eine schwere Rüstung plus drei. Und, äh... Leichte Rüstung. Äh, es war plus zwei. Okay, hier. Die schwere Rüstung vom Seil kriegst du. Das sieht doch auch gar nicht mal schlecht aus mit der Hose. Und den Schwarz. Sieht doch alles sehr cool aus. Der Seil hat mittlerweile so eine langsamen Rüstung an. Mehr als, äh, irgendwie so Klamotten. Normale. Auch Stoff. Hier waren wir doch damals. Hier hat Seil seine Fähigkeit bekommen. Ähm... Ah ja. Hier dieser Ausgang. Haben wir nicht damals da was vernichtet? Also... Eine Brücke? Dann machen wir mal die Tür auf. Aber... Wir haben damals die Brücke hier vernichtet. Ja. Uh. Hier ist alles ein bisschen kaputt. Äh... Soll ich? Mann sieht das gut aus. Für... Wie Verhältnisse natürlich. Aber... Hier einfach so... Alles abgehackt. Find ich eigentlich schon cool. Kapitel 25 Meereshöhle. Also hab ich Kapitel 23 tatsächlich übersprungen. Äh... Da sind Reptiden. Was machen wir da? Zale! 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 Zau! Zau! Soll ich weit weg! Okay! Ja... Wo ist er? Ski. Ich kann sie hier runterlassen! Oh oh! Ich habe ganz schön viel Wasser bekommen. Level 32, Level 29 und Lowell, Atommagie, Level 2, Wald. Offensivmagie aufwirbelst lange Stille und verhindert Gegner für längere Zeit am Einsatz von Magie. Und Level 31 für Lowell. Ich hätte gerne das Geld, hallo, alles Rüstung. Ja, aber, warte, Leute, die Bekloppten tatsächlich nicht gern. Adelsrüstung? Aber das ist gar nicht aufgewertet, deswegen bin ich ein bisschen... Ne, haben wir nicht Adelsrüstung? Oder war es Adelsring? Weil sowas brauchen wir ja auch. Nicht Status, Karte. Äh, auch nicht. Inventar, meine Güte. Äh, sonstiges. Adelsring war es tatsächlich. Memento, Blutklinge und Richter. Jetzt können wir hier Sachen wieder verbessern. Oh Mann. Ja, finde ich keine gute Idee, aber machen wir mal. Jetzt bin ich alleine. Wunderherrlich. Das kennt man ja doch. Das ist doch vom Anfang, oder? Sieht auch hart danach aus. Ja, das ist die Anfangshöhle. Hier ist die zerstörte Brücke. Oder ist das die Anfangshöhle? Ah, ich dachte, das wäre Miranha und Lowell. Ja. Ja. Wo ist der Typ? Gut. Kampf vorbei. Tu nehmen wir gerne mit. Sehr viel Geld. Noch mehr Geld. Gut. Mittlerweile kriegen wir auch ganz schön viel Kohle. Wenn wir gewinnen oder auch in Truhen und so. Ist nicht schlecht. Mutzel. Ach, das ist die Brücke, die wir zerstört haben. Doch, ja, wir sind hier wieder. Reptidenschwertkämpfer, Reptidenschwertkämpfer, Reptidenschütze, Hexer, Heiler, Hexer, Schwertkämpfer. Das sind ganz schön viele. Wieso sind das denn hier rein? Okay. Ja, wie denn? Ach, ich weiß wie. Ich glaube, ich verfalle hier meine Pfeile. Das sind die Brücke, die hier hervorragten. Das ist sehr gut. Nichts anderes treffen außer die Fackel. Ah, so kann ich das zerstören. Okay, gut. Die Fackel habe ich gar nicht gesehen. Gut. Was auch immer ihr da für ein Kack macht? Äh, nein. Äh, Oh, das ist auch explodiert. Okay, ich werde zurückgeschleudert, wenn ich das mache. Weil ich wahrscheinlich nicht in Deckung bin. Komm, du sollst deinen Pfeil rausholen. Kannst du nicht, wenn du da... okay. Das blöde ist, ich habe halt keine richtige Deckung hier. Und wenn ich zu nahe... Oh Gott. Ich glaube, ich muss runter. Ich glaube, ich muss runter. Ich glaube, ich muss runtergehen. 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 Äh, habe ich Heiler gesagt? Ich glaube, ich habe Magier gesagt. Äh, ich weiß es nicht mehr. Okay, dann wollen wir mal hier das machen. Wollte der Sipi funktioniert. Hört mal auf. Irgendein Beinschutz. Wahrscheinlich plus vier sogar. Meine Fresse, war das ein Krampf. Ja, euch helfe ich so gleich. Ich muss nur ein bisschen einsammeln. Gnomensilber, gut. Seidenbeinschutz. Und andere Beinschutz haben wir auch gefunden. Ich habe nur nicht mitbekommen, wie der hieß. Die sichere Abwehr plus fünf. Hier. Ausrüstung. Schwerer Beinschutz. Ne, Seidenbein. Doch, ein schwerer Beinschutz für ihn dann. Seidenbeinschutz. Keine Ahnung. Wer hat denn die Seidenrüstung an? Du, gehst du auf den Seitenbeinschutz. Meine Güte, sieht gar nicht mal so verkehrt aus. So, dann war es das erstmal. Dann gehen wir zu den, wo sind die? Ah, hier. Ja, Mogul, die macht mit dir sein. Oh, da oben. Oh, da war noch eine Truhe, die ich nicht gesehen habe. Rüstung. Jagdrüstung plus vier. Äh, Ausrüstung. Ja, du hast auch die Jagdrüstung. Eigentlich. Deswegen kannst du die mal kurz tragen. Wer hat denn... Noch was plus zwei? Keiner. Okay, gut. Dann weiter im Text. Ja, hier kann ich auftreten. Zack. Ich finde es schade, dass wir ein... ...eine Quest übersehen haben, anscheinend. Im Wasser neben Viecher. Du siehst ihn von hier aus nicht, aber da drüben ist ein Heiler versteckt. Ja, den sehe ich. Ich gehe über die rechte Flanke runter, Sel, du kommst von vorne. Oh Gott. Das ist doch der Raum, den wir damals mal hatten, ne? Ja. Ich komme mal auf die Wand hoch. Nein, das wollte ich nicht so... Oh, okay. Ich will eigentlich in den Kreis hier rollen. Okay. Okay. Gut, sind alle besiegt, dahinten sehe ich die Truhe, mir wird 32 für Lowell, ähm, warte mal, ich hole mir jetzt mal die Truhe. Hier ran hier. Ich weiß, Urkernagel, okay. Ich habe orange erst gelesen. Sooo. Very easy. Nicht Magie einsetzen. Warte, ich brauche jetzt das Geld, bevor, okay. Wir brauchen auf ihn hier. Der Serka machst du schön. Und du machst den Wald auf ihn hier. Äh, Sturm. Auf ihn hier. Der Serka. Wald. Ja, hörst du mal auf? Wird das nix? Oh Gott, ich bin umzingelt. Mirania ist tot. Gut. Sterb. Sagt, du sterb. Also, hallo? Ich hätte gern Ausfall gemacht, aber das Spiel lässt mich nicht. Ich mag die Musik, die gerade läuft. Ähm, 34, 31, das ist gut. Und 33. Und das Geld nehme ich gerne mit. Alles drin. Zale. Ich dachte nicht, dass sie mich so schnell befinden würden. Äh, hallo? Was. Drei.